Ich bin euer Chauffeur zum Chemical Brothers Konzert. Damit fahren wir jetzt. Hör auf! Ja, super! Ich bin Vitali. Ich bin Isabel. Ich freue mich heute aufs Chemical Brothers Konzert zu gehen. Ich bin auch voll glücklich, aufs Konzert zu gehen heute. Wir wussten halt gar nichts, was hier so los ist. Sonst sind wir auf Ask Helmut gestoßen. Ja, total cool. Dank Ask Helmut und Mastercard dürfen wir mit diesem coolen Gefährt und dem Peter zum einzigen Konzert von Chemical Brothers. In Deutschland. Hier in Deutschland. Total geil. Mega gut. Hey girl. Hey boy. Superstar DJ. Here we go. Können wir die Korken knallen lassen? Die einfachen Dinge. Die einfachen Dinge im Leben sind die schönsten. Konzerte sind eh immer das Beste. Es ist so Gänsehaut-Feeling einfach. Live ist einfach geil. Live ist einfach geil. Das war kör schon. Der comin ist mit. Das stimmt, sigh! Das ist immer dun, das W relationship. financesrichter Ävender Tim Beste Vielen Dank.